Hallo zusammen, willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Spiel morgen gegen den 1. FC Köln. Ich begrüße den Trainer ganz herzlich vorne auf dem Podium, euch zugeschaltet und die Kollegen hier vor Ort. Ich darf noch vorab sagen, dass wir noch ein paar Restkarten für das Spiel haben, im Sitzplatz, aber auch im Stehplatzbereich. Also schnell noch zuschlagen, denn wir haben die Hoffnung, dass die restlichen Tickets auch alle weggehen und wir wieder eine volle Kulisse haben werden. Dominik Mech startet heute. Herr Weinzierl, morgen gegen Köln vielleicht das Finale daheim. Wie kann man das jetzt morgen dann hinkriegen, dass wirklich morgen dann die Fans danach auf den Blätter marschieren können und den Klassenerhalt feiern und nicht wie vor zwei Wochen gegen Hertha? Ja, ich möchte jetzt nicht den Begriff Matchball hernehmen, aber ein Big Point hergegeben wird. Ja, erstmal hallo zusammen. Es ist natürlich das Ziel, immer zu gewinnen, vor allem zu Hause zu gewinnen. Das haben wir auch schon geschafft. Öfter geschafft, aber wir haben es auch gegen Hertha nicht geschafft, weil ein Gegner mitspielt, weil wir eine gute Leistung brauchen, um dann eben auch erfolgreich zu sein. Wir müssen die Kleinigkeiten richtig machen. Wir treffen auch eine richtig, richtig gute Mannschaft mit Köln, die drei Spiele in Folge jetzt gewonnen haben, die eine Euphorie haben, die nach Europa wollen. Und es ist für mich ein sehr, sehr spannendes Spiel und auch sehr interessant zu beobachten, wie weit wir sind. Nach dem Auswärtssieg jetzt in Bochum ist klar, dass wir noch einen Sieg brauchen. Dann wäre es so, dass die Fans feiern können, dass wir feiern können. Der steht auf dem Spiel, in erster Linie ein Heimspiel mit unseren Fans im Rücken, wo wir gewinnen wollen. Welche Jungs sollen spielen? Pedersen fehlt mit der Gelbsperre. Wer wird sonst nicht mit dabei sein? Alle fit, alle fit und hochmotiviert und Mats fällt leider aus mit der fünften gelben Karte. Ansonsten sind alle gut im Training dabei, war eine ordentliche Trainingswoche und wir sind hochmotiviert. Ein Spieler, der für Sie, glaube ich, ganz wichtig ist, der Andre Hahn, hat die Tage bei den Kollegen gesagt, er bleibt noch ein Jahr. Sein Vertrag wurde automatisch verlängert. Sie haben vor zwei, drei Wochen mal gesagt, er ist irgendwie so ein Prototyp FCA für Sie, so sinngemäß zitiert. Können Sie mal kurz noch beschreiben, welchen Stellenwert er für Sie und Ihr Spiel hat? Ja, unheimlich wichtiger Spieler. Ich habe die Zahl ungefähr gewusst, wie sich der Vertrag verlängert. Von daher war ich da relativ entspannt und relativ cool. Und es war für mich wichtig, dass er bleibt, weil er ein Faktor ist, ist für mich auch ein sehr wichtiger Ansprechpartner, ist vor allem ein super Typ, der sich zerreißt, der das Herz am richtigen Fleck hat, der immer alles gibt. Natürlich nicht immer mit der besten Leistung, aber in vielen, vielen Fällen und unheimlich wichtigen Toren und unheimlich guten Leistungen eben vorangeht. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass sich da jetzt der Vertrag verlängert hat. Solche Emotionen braucht es dann wohl gerade in diesem, ich nenne es nochmal, Finale daheim morgen. Wie geht man daran, was braucht man gegen Köln, gegen eine Mannschaft, die selber so aus der Emotion rauskommt? Ja, wir haben es in vielen Heimspielen geschafft, die Zuschauer mitzunehmen. Das ist ein Faktor und deswegen müssen wir von Anfang an gut in das Spiel reinkommen. Die Köln sind eine Mannschaft, die sehr, sagen wir mal, alles oder nichts auch agieren und sehr viel Risiko auch in ihrem Spiel drin haben. Dadurch vorne mit Modest und mit Uth unheimlich viel Qualität und auch Torgefahr entwickeln. Da müssen wir gut dagegenhalten, aber nochmal gut ins Spiel reinkommen, selbst aktiv sein, wie es in mehreren Heimspielen schon gut geklappt hat. Ich denke, dass sie mitspielen, dass das für uns besser ist wie die Hertha, die eben nicht mitgespielt hat. Und deswegen wird es ein sehr, sehr spannendes Spiel, sehr, sehr offenes Spiel, meiner Meinung nach, wo alle Ergebnisse möglich sind. Robert Götz, bitte. Die taktische Vorbereitung ist ja diesmal relativ einfach. Steffen Baumgart hat ja ganz offen gestern gesagt, wie er spielen will mit dem 4-4-2, mit der Raute. Ist das einfach für Sie jetzt da, darauf zu reagieren? Naja, endgültig weiß man es dann immer erst, wenn man das Spiel dann auch sieht, wie es dann auch kommt. Vielleicht schläft er ja schlecht und es kommt wieder anders. Oder vielleicht sagt er es absichtlich. Das glaube ich aber nicht, weil er eine ehrliche Haut ist. Also von daher hat er zwei, drei Dinge gesagt. Aber im Endeffekt kennen wir den FC und sie haben häufig mit der gleichen Aufstellung gespielt. Und ob es dann ein 4-2-3-1 ist oder ein 4-4-2 mit Raute, die entscheidenden Spieler sind Modesto und Uth. Und da, wo sie auftauchen, musst du sie attackieren und aufnehmen. Und deswegen wissen wir das und der beste Ansatz ist immer der eigene und den haben wir und deswegen konzentrieren wir auf uns. Passt natürlich unser Spiel auch an, aber wichtig wird sein, dass wir agieren und unsere beste Leistung finden. Was ist denn euer Ansatz? Wie schaut euer Personal aus? Unser Personal? Wie der Ansatz ist. Was für Taktik. Also ich glaube schon, dass wir in den letzten Spielen sehr stabil waren und aus einer gleichen Idee immer wieder agiert haben. Von daher müsstet ihr die auch sehen und erkennen. Und mit dieser Herangehensweise haben wir auch etliche Punkte und auch Siege geholt in den letzten Wochen. Und deswegen nochmal konzentrieren wir uns auf diese Herangehensweise und müssen schauen, dass wer auch immer dann spielt, die gut umsetzen. Und Auswahl habe ich kompletten Kader. Sie gehen ja ganz so offen um wie der Stefan Baumgart mit der taktischen Ausrichtung. Warum? Was sind die Gründe? Naja, dann könnte man ja alles auf den Tisch legen immer und dann könnte man immer öffentlich trainieren. Dann wäre alles kein Geheimnis, aber es macht es ja auch ein bisschen aus, dass man taktiert, dass man vielleicht den Gegner überrascht. Und ich glaube, das ist ganz normal eher ungewöhnlich, dass man so offen die Personalien nennt, aber in seiner Selbstvertrauenslage auch nachvollziehbar. Für sie geht es jetzt alles oder nichts mit offenem Visier Richtung Europa. Das steht für den FC auf dem Spiel und deswegen wird es für uns ein sehr, sehr gefährliches Spiel. Das wäre meine zweite Frage. Das öffentliche und nicht-öffentliche Training. Ihr macht gerade gar keine öffentlichen Trainings. Warum? Wird sich das ändern? Ja, aber ich glaube, das liegt eher an den Corona-Maßnahmen. Also weniger an mir. Von mir aus dürft ihr gerne zuschauen. Immer wieder mal. Ab und zu. Legt mal, der Baumgart hat gesagt, die Geheimniskrämerei, das ist ihm fast zu viel, weil es im Fußball nicht mehr so viele Geheimnisse gibt. Man ist eigentlich offen. Es liegt alles auf dem Tisch. Sehen Sie das auch so? Ja, schon. Aber es ist einfach bei großen Vereinen üblich. Und wenn ihr mal bei großen Vereinen dann das beobachtet und es steht alles in der Bild-Zeitung beziehungsweise in der Presse, dann macht es das auch schwierig. Und es gilt einfach in Ruhe auch Dinge vorzubereiten oder in Ruhe arbeiten zu können. Daraus kann man profitieren oder davon kann man profitieren. Und deswegen macht das schon auch Sinn. Aber natürlich braucht man auch die Fan-Nähe. Natürlich wollen wir auch die Nähe zu euch. Natürlich wollen wir auch irgendwo euch mit dabei haben und euch informieren. Eine Mischung muss halt einfach sein. Und ich glaube oder denke schon von unserer Seite zumindest, dass wir da offen sind, auch in der Zukunft das mehr zu öffnen. Gehen wir in die virtuelle Runde zu Martin Morawetz, bitte. Hallo Herr Weinzierl. In den 15 Bundesliga-Duellen zwischen Augsburg und Köln gab es angeblich sechs Platzverweise und acht Strafstöße. Können Sie sich erklären, woher diese Emotionen, woher diese Besanz kommt? Und meine zweite Frage bezieht sich auf Anthony Modest. Was dachten Sie denn, als Sie diesen Kaffeejubel, Schleichwerbungsjubel gesehen haben? Also ich kann mich an einen Elfmeter erinnern, der war in Köln. Das fällt mir jetzt schon so spontan ein, wo Marvin Hitz da es so gemacht hat, wie er es gemacht hat. Ansonsten fällt mir jetzt nicht ein, dass es härtere Spiele waren oder viele rote Karten oder gelbe Karten, sondern immer intensive Spiele, wo wir ja immer auf einen guten Gegner auch getroffen sind. Im letzten Spiel hier weiß ich noch das 3-0 bis zur Halbzeitpause. Das war im April, unser letztes Spiel war 0-2, wo wir gewonnen haben. Das werden Sie wieder gut machen wollen, das hat Ihnen wehgetan. Aber das war für uns ein unheimlich wichtiger Auswärtssieg, was uns auch Selbstvertrauen gibt für morgen, dass wir da das Spiel auch gewinnen können und auch sechs Punkte holen können gegen Köln. Das ist der Plan und die Schleichwerbung, das machen die Superstars oder die, die gerade meinen, dass sie irgendwie aufmerksam auf sich machen müssen. Ich glaube, bei uns macht das jetzt, denke ich, keiner. Johannes Kaiser vom Augsburg-Journal hat die nächste Frage. Hallo Herr Weins hier. Köln hat ja diese Saison eine beachtliche Entwicklung genommen, im letzten Jahr noch in der Relegation gespielt und dieses Jahr jetzt eine Chance auf das internationale Geschäft. Ist das eine Entwicklung, die Sie mit dem FCA in der kommenden Saison auch anstreben wollen? Ja klar, Entwicklung ist immer das Ziel. Da ist es so, dass die Kölner wirklich eine gute Saison spielen, aber ich mache das sehr viel an Anthony Modest auch fest und auch an Marc Gut, der wieder zurückgekommen ist. Die zwei Spieler machen wirklich den Unterschied auch aus und dann nimmt es eine Dynamik an, wenn du gut in der Saison startest. Dann läuft es auch so dahin, vielleicht auch bis Europa in der Saison. Und sie haben mit ihren Zuschauern vor allem zu Hause auch eine super Stimmung und es macht immer viel Spaß, da zu spielen. Aber nochmal, Entwicklung ist das Ziel. Ich glaube aber auch, dass wir uns gut entwickelt haben. Wenn man sich die Vorrunde anschaut, dann waren wir an Weihnachten 15. Wenn wir jetzt die Rückrundentabelle hernehmen, dann sind wir 11 da. Es sind noch drei Spiele, wo wir zweimal auch zu Hause spielen. Und auch in den letzten sieben Spielen haben wir vier gewonnen. Ich habe zufällig eine Tabelle gesehen, da sind wir 6 da. Also wenn Sie nur diese Phase nehmen, also von daher ist der Trend unser Freund. Und den nehmen wir mit und wollen es natürlich jetzt fertig machen, wollen in der Liga bleiben. Aber ich sehe bei uns durchaus eine positive Entwicklung. Dominik Metsch nochmal. Ich nehme jetzt mal den Ball auf vom Kollegen Robert Götz von eben, dass wir jetzt diese Saison nicht wirklich häufig beim Training dabei waren. Und da überrascht mich jetzt die letzten Wochen ein Spieler, Robert Gummi. Den hatten wir so in dieser Leistung der letzten Wochen eigentlich nie auf dem Radar. Und wenn man die Hinrunde und die ersten Spiele so anschaut, waren Ihren Vorstellungen auch nicht immer die erste Garde. Wo nimmt er denn die Leistung der letzten Wochen her? Ich sehe ihn da deutlich verbessert. Naja, das habe ich schon erwähnt, dass wir in einer guten Entwicklung sind und Stabilität, mehr Stabilität in der Mannschaft haben und das tut den einzelnen Spielern auch gut. Und da hat sich Robert gut entwickelt in der Vorrunde nochmal. Wir sind schlecht gestartet, haben das mitgetragen und dadurch war der Druck auch größer. Aber generell unser Spiel auch so, dass wir viele Fehler auch noch gemacht haben. Mehr Fehler gemacht haben, zumindest wie in den letzten Spielen. Und dann schaut so ein Abwehrspieler wie der Robert auch mal schlecht aus und hat dann vielleicht auch schlechtere Tage. Aber da, wie gesagt, finde ich, dass wir in den letzten Wochen bis auf das Hertha-Spiel gute Spiele, gute Wochen gehabt haben und dann entwickelt sich ein Robert Gummi auch besser. Aber nicht nur Robert, ich finde auch Ries spielt eine gute Saison. Ich finde, Michael Gregoritsch hat sich in den letzten Monaten toll entwickelt. Und da gibt es mehrere Beispiele. Aber nochmal, das geht nur über das Kollektiv. Jetzt haben Sie schon angesprochen, Köln kommt, ein attraktiver Gegner. In diesen Wochen spricht man viel über emotionale Fans, wie gestern in Frankfurt. Die Kölner sind ja auch so welche. Der FCA kann morgen den Klassenerhalt fix machen und das Stadion ist nicht ausverkauft bisher. Liegt das an Corona? Woran liegt das? Normalerweise müsste doch so ein Spiel eigentlich die Zuschauer vom Fernseher oder ins Stadion auf alle Fälle ziehen. Ja, aber es ist Freitag und es sind nur noch ein paar Karten, wie ich vorher gehört habe. Also glaube ich schon, dass das hoffentlich ausverkauft wird oder nur noch ein paar fehlen. Aber natürlich hat Corona auch irgendwo seine Folgen und natürlich ist irgendwo auch die Fennähe vielleicht einen Tick verloren gegangen. Natürlich haben wir auch in den letzten Jahren, aber auch in der Saison, nicht nur gute Heimspiele abgeliefert. Aber es gilt es, das Vertrauen da wieder zurückzugewinnen und mit guten Spielen die Begeisterung da noch mehr zurückzuholen und über Volkserlebnisse die Fans wieder ins Stadion zu bringen. Das geht mit der Aktivität, da sind wir dabei, dass wir, wie ich es die ganze Zeit hier schon gesagt habe, mehr Aktivität in unser Spiel auch reinbringen. Mehr offensive oder offensiveres Anlaufverhalten im Pressingverhalten, mutigeres Anlaufverhalten soll es richtig einfordern und dadurch besser in unsere Spiele reinkommen. Aber nochmal, es ist das Ziel natürlich, mehr Fenne, mehr Leute wieder für uns zu begeistern. Meine letzte Frage geht weiter südlich auf der Landkarte nach Wien. Von da kommt heute die Meldung, dass Ralf Rangnick neuer Teamchef der Österreicher wird. Sie schmunzeln schon, auch für Sie eine eher überraschende Personalie, oder? Ja, aber es ist schon sehr viel Qualität von Ralf Rangnick vorhanden. Also deswegen, ich schmunzle eher, weil er jetzt beides weitermacht. Das war jetzt so erst einmal mein Schmunzelgedanke, aber nicht, dass er österreichischer Nationaltrainer wird. Also da kann ich den ÖFB nur beglückwünschen. Mit der Nähe zu Red Bull und der Vergangenheit mit Sicherheit auch wird das sehr erfolgreich sein. Jetzt habe ich doch noch eine personelle Frage. Sie haben gerade gesagt, das Duo Modeste, Uth, wird wichtig sein, das auszuschalten. Marc Uth wird wahrscheinlich auf der Zehn spielen, so hat sie Steffen Baum gerade gesagt. Wie geht es ihr dagegen? Ist das eher eine Sache für einen Arne Maier oder für einen Carlos Grueso? Weil das ist so ein Paar, wo ich sage... Wie haben wir die letzten Wochen eigentlich gespielt, vom System her? Das ist immer ganz interessant, weil ich lese so viele unterschiedliche Systeme und dazu passt die Frage jetzt eigentlich. Also? Also aus meiner Sicht habt ihr eigentlich mit zwei Sechser gespielt. Und mit fünf oder mit vier hinten? Bitte? Mit fünf oder mit vier verteidigt? Also wir haben es sehr unterschiedlich angelegt. Deswegen ist mit der Formation jetzt auch für uns mehr drin und mehr Variation auch möglich, weil Robert Kumny es in der Dreierkette sehr gut spielen kann. Aber auch mit einer Viererkette, wie wir mit diesen elf Spielern, wie wir zuletzt auch gespielt haben, sehr, sehr gut schon agiert haben. Von daher werden wir es auf den Gegner bezogen festlegen. Und wir spielen auch wechselnde Systeme, offensiv und defensiv. Deswegen kann ich jetzt das mit einer Systemantwort auch nicht beantworten. Martin Morawetz nochmal von der dpa. Herr Weinzel, der FC Bayern hat ja mittlerweile sowas wie ein Meister-Abo. Empfinden Sie eigentlich die Dominanz der Münchner als lehmend für die Liga? Und falls ja, hätten Sie Ideen, wie man dem entgegentreten sollte? Playoffs zum Beispiel? Nein, ich bin eher der Meinung, dass man vieles so lassen sollte, wie es Spaß macht und wie der Fußball auch Spaß macht. Und jetzt seid ihr alle weg. Jetzt seid ihr wieder da. Ja, eben, dass man die Dinge so lässt, wie es ist. Und Bayern München hat es sich hart erarbeitet. Die haben das nicht geschenkt bekommen, sondern über Jahre, über Jahrzehnte sehr, sehr hart erarbeitet. Und da viele Dinge richtig gemacht. Und so ist Entwicklung möglich. Und sie haben Kontinuität in der Führung, in den wichtigsten Positionen und sehr, sehr viele gute Entscheidungen getroffen. Und deswegen haben sie sich alles hart erarbeitet. Auch den finanziellen Vorsprung hart erarbeitet. Und das ist einfach ansparend, finde ich, für alle anderen, dass sie genauso gut arbeiten, um da aufzuholen. Man sollte jetzt nichts am Modus ändern, sondern die Vereine müssen sich einfach die, die Ambitionen auch haben, der Herausforderung stellen und die Lücke dann schließen. Meiner Meinung nach. Gut, keine weiteren Fragen. Dann Dankeschön und bis morgen im Stadion. Ciao. Ciao. Wir waren oben, waren unten, haben manche Chance schon versiegt, haben uns gequält und uns geschunden. Wir hoffen, dass uns der Fußball Gott vergibt. Wir sind seit 1907, nicht nur am Samstag für dich da. Rot, grün, weiß sind die Farben unseres Traums, der Erdbeeren.